Hey Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video Winter Ressourcen Murder 2019. Heute sind wir mal wieder auf der Map Hochalpital und es gibt mal wieder sehr viel zu tun. Wir werden heute mal eine recht große Veränderung nochmal vornehmen an einem Lift und auch nochmal in der Gegend. Ich habe das ja in den letzten Video schon mal angesprochen, dass ich da nochmal was machen will. Das werden wir heute machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dann würde ich direkt sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und Timelap ab. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020